Gibt es Reinkarnationsberichte, in denen sich Menschen an Leben auf anderen Planeten erinnern? Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag aus der Reihe Fragen zur Reinkarnation. Und heute wurde mir diese Frage gestellt. Gibt es Reinkarnationsberichte, in denen sich Menschen an Leben auf anderen Planeten erinnern? Ich habe nicht alle Reinkarnationsberichte gelesen. Ich habe mich mal eine Weile mit vielen Berichten beschäftigt, ganze Bücher gewälzt. Und tatsächlich gibt es manchmal Berichte, wo Menschen von einer Zivilisation sprechen, die es nicht auf diesem Planeten gegeben hat. Und entweder sie entstammen der Fantasie oder leben auf anderen Planeten. In diesem Sinne, ja, es soll es geben, aber 100% sicher weiß man es nicht.